Willkommen zurück zu Tomb Raider. Tragischer Musik. Volver und Lara Croft, die natürlich auch am Start ist. Ohne die wäre ein bisschen langweilig, wenn der Volver hier rumspringen würde. Das wollt ihr nicht sehen, Leute. Einmal hier so ein Klimmzug gemacht, schon wäre der Volver voller Marsch. Wie halt nochmal so ist. Ja, es ist ja ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich hier so was aufbekomme. Wie ging das denn nochmal? Ach nee, da so bestimmt so. Äh, nee. Richtig. So war's. Hallo? Nein? Nix? Hier ist nix? Äh. Ne? Zum Beispiel auch... Ach, da unten ist das Schiff. Guck mal. Jetzt ist da alles wieder da, ne? Habe ich alles schon... Das ist doch scheiße. Äh, da renne ich mich nochmal hin. Ähm, was ich sagen wollte? Ja, was soll ich eigentlich sagen? Achso, ja, hier so, ne? Wenn der Volver diese machen müsste. So, jetzt müsste ich erstmal eine Pause machen für fünf Minuten. So. Dann jetzt nochmal eine Pause für fünf Minuten. Und jetzt würde ich runterfallen. Ja, und schon wäre das Spiel vorbei, ne? Also voll was zugucken wäre. Wird so toll bei so einem Spiel. Dann lieber der Lara zugucken. Oh, oh. Ein böser Mann. Oh, oh. Ein böser Mann. Oh, zwei böse Männer. Oh, drei böse Männer. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Scheiße. Was ist denn da? Der ist schon mal weg. Shit. Das ist gut. Wird mal wieder fit. Ja. Das war wieder ein Fail, ey. Aber ehrlich. Das war ja wieder gar nichts, ne? Warte mal denn hier. Geokasch? Wo soll denn hier ein Geokasch liegen? Hier runter? Puh. Ich weiß nicht, ob ich da runterkomme. Vor allem, wenn ich da runterkomme, komme ich noch wieder hoch. Ach so, ich habe ein Lager gefunden. Aber Da ist noch einer. Ich habe aber eh nichts, ne? 111, 3, ja. Digi, 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 digi. Ist da irgendjemand bei Twitch online? Jetzt gucken wir erstmal noch hier hinten bei den Jungs. Oh, eine Schrotflintenkugel. Oh, eine Pistole. Jetzt kann es ja wieder weitergehen. Hm? Scheiße steht... Ach, da. Guck. Guck. Jo, 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 jo. Langsam, Alte. Ach, hier liegt ja auch der andere noch rum. Hängt ein bisschen ab hier. Ja, der hat wenigstens noch neun Maschinengewehrkugeln gehabt. Da lag da was. Ne? Da? Ne. Was bin ich denn hier? Wo ist denn hier? Ah. Ja, da will ich nicht hin, ne? Da komme ich ja eh wieder nur zurück. Das... Da war ich, glaube ich, auch schon. Das ist schon so lange her, ey. Ich habe echt zu wenig gespielt in der letzten Zeit. Ich muss hier mal weiterkommen. Wo sind wir denn hier? Ah, so. Einmal im Kreis. Ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. 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 Ach, da unten ist ja auch noch was, ne? Wo geht es denn hier hin, wenn ich mich hier abseile? Ja, warte mal. Ach, da hinten. Huch. So, wo komme ich denn da hin? Hier unten auf das Schiff. Irgendwo da vorne, oder was? Wo soll denn da? Ja? Das ist wirklich da, oder was? Jetzt mich verarschen, wie willst du denn da hinkommen? Da ist ne... Was soll das da... Ach, komm, gehen wir erstmal hier runter. Dann gucken wir mal weiter. Ja, super. Ich glaube, ich muss auf den... Geocaster scheißen. Oder vielleicht hole ich den in der Zwischenzeit. Aber da braucht ihr nicht zuzugucken. Leute, das wäre etwas zu viel verlangen. Würde ich mal sagen. Mal gucken. Oh, das ist ja am Arsch der Welt, ey. Du bist wieder ganz zurück. Bis da hinten hin. Nur für so einen Geocast. Drauf geschissen. Auf die 100%. Also... Wett? Wett? Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Mach so weiter. Sind noch geringer. Ja, das ist ja. Die blöden Mistkerle rühren sich nicht. Aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss... ...dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinns Geschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikus' Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle Reyes. Mephias mag verrückt sein. Aber er war sich ganz sicher. Ich saß in seinen Augen. Er denkt, Himikus' Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich. Und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles. Was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stirn. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich geh nicht ohne dich. Immer schön Lichtchen angemacht für mich. Ja, aber noch nicht. Weil, jetzt geh ich erst den, äh, Dings holen. Nein, den geh ich nicht holen. Ich geh diesen scheiß Geo kann ich nicht holen. Ähm. Hier vorne wollte ich einmal schnell rein. Das mach ich gleich. Er ist noch ins Grab hier vorne. Da kann ich ja auch nicht rein. Oh, wenn der Nase juckt. Ja. Schieß es auf. Ja, mach doch, mach doch mal. Ja, voll. Hier geht's weiter. Hab ich grad gedacht, ey. Aber hier müsste aber eigentlich Meerwasser stehen. Gut. Nichts gesagt. Ha. Ich denke mal, Karte gucken hat hier keinen Zweck, hä? Oh doch, da ist sowas. Na ja, gut. Ja. Achso. Ach, hier, Alter. Es geht immer noch ein bisschen weiter hier, ne? Als auf deiner Karte hier eingetragen. Geht's denn hier hin, ey? Habe ich jetzt das Lager gefunden, oder nicht? Ja. Was hat sie gesagt? Tempel der Dienstmädchen. Ach, du Scheiße. Was ist das denn, ey? Wie ging das nochmal? Was passiert denn, wenn ich hier drauf das hier mache? Ah, jetzt geht das einmal rund, oder was? Was machen die hier? Ne. Eine Art Fischerei. Ah, jetzt geht das also einmal rund. Okay. Ja, aber wieso mache ich denn einfach den hier? Ach, das geht nicht, oder was? Ich hab doch dieses Dings gehabt. Gut. Ich probiere jetzt mal einfach was. Ich hab ja mehrere Versuche. Ich probiere jetzt mal einfach was. Sieht gut aus. Ja. Ich hab's beim ersten Mal. So wird's gemacht. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Ein Fähigkeitspunkt. Oh Gott, finden sie ein Lager. Oh, Handfeuerwaffe. Oh, Handfeuerwaffe. Modifizierung. Gut. Gut, Leute. Belohnungsort ansehen. Ach, da oben. Leute, der Part ist rum. Ja. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Da sind aber noch so einige Naja, gut, da ist auch noch einer So, Leute, so geht das, ne? Ich sag danke fürs Zuschauen Wir sehen uns im nächsten Part, bis dahin Ciao